In diesem Video werde ich dir erklären, wie du den Multi-MC Launcher für Minecraft installieren kannst. Um Multi-MC zu installieren, gebe auf Google Multi-MC ein. Hier wird die Seite multi-MC.org vorgeschlagen. Klicke auf den Link und auf der Webseite von Multi-MC gibt es links die Auswahl Downloads. Klicke da drauf und lade Multi-MC für dein Betriebssystem herunter. Und sobald Multi-MC heruntergeladen ist, klickst du unten rechts einfach auf den Pfeil und dann auf Inordner anzeigen. So kommst du zu dem Downloads-Ordner. Den Browser kannst du dann wieder schließen. Klicke im Downloads-Ordner einen Rechtsklick auf die ZIP-Datei von Multi-MC, wähle dann die Option Extrahieren und klicke dann in dem Fenster, welches erscheint, nochmals auf Extrahieren. Es öffnet sich ein neuer Ordner. Den kannst du sofort wieder schließen. Du hast dann zwei Dateien, eine Punkt-ZIP-Datei und einen Ordner. Lösche die Punkt-ZIP-Datei und öffne den Ordner. In dem Ordner befindet sich dann der Multi-MC-Ordner mit dem Launcher. Suche in dem Ordner die Datei Multi-MC.exe und führe diese einfach aus. Hier erscheint dann eine Meldung. Klicke einfach auf Mehr-Info und dann auf Trotzdem-Ausführen. Es öffnet sich dann das Multi-MC-Setup. Wähle als ersten Schritt die Sprache und klicke auf Weiter. Im nächsten Schritt gibt es die Java-Version zur Auswahl. Wenn bei dir hier keine Java-Version ausgewählt sein sollte, so hellblau markiert hier, wie in meinem Fall, dann schau dir das Tutorial oben rechts an. Da habe ich dir erklärt, wie du Java installieren kannst. Klicke in dem Fenster, wieder auf Weiter und dann nochmals auf Weiter. Der Multi-MC-Launcher ist nun soweit installiert. Um Minecraft zu spielen, werde ich eine neue Instanz hinzufügen und eine Minecraft-Version auswählen. Wie im Standard-Minecraft-Launcher melde ich mich mit meinem Minecraft-Account an, so dass ich eben Minecraft spielen kann. Wähle dort oben aus, mit welchem Account du Minecraft besitzt und logge dich dann mit der E-Mail und deinem Passwort ein. Du kannst auf Als-Standard-Setzen klicken, dann wird der Minecraft-Account eben für jede Minecraft-Instanz verwendet. Lise das Fenster und starte dann Minecraft. Jetzt kann es sein, dass diese Fehlermeldung auftaucht. Um diese zu fixen, installiere Java 17. Gebe dafür einfach Java 17 auf Google ein und klicke dann auf den Link von Oracle. Akzeptiere auf der Seite die Cookies und wähle dann für dein Betriebssystem den passenden Download aus. Ich werde hier den MSI-Installer nehmen. Ich klicke dann auf Download und klicke den Download direkt mit einem Top-Klick an. In dem Installationsfenster klicke ich auf Next und wähle dann wieder Next. Java 17 wird dann installiert. Daraufhin kannst du das Fenster schließen und den Multi-MC-Launcher nochmal neu starten. Den Java 17-Installer kannst du wieder aus dem Downloads-Ordner löschen. Wenn du möchtest, kannst du den Multi-MC-Ordner umbenennen und zum Beispiel auf den Desktop ablegen. Beim Starten von Minecraft im Multi-MC-Launcher siehst du, dass Minecraft funktioniert. Ein praktischer Launcher meiner Meinung nach, so kannst du ihn installieren. Ciao!